Also ganz einfach, wenn wir Ythrin nicht opfern, töten wir keinen Boss zum ersten Mal. Punkt. Ich stehe da. Nein, du warst tot. Mastery? Ist ja jetzt nur Mastery. Ja, wir pushen den ersten Boss zwei Sekunden zu langsam. Der kommt nicht bei 58. Wir sind nicht bei 58 in der Phase. Nein, tut er nicht. Es ist... schlimm. Entweder du machst so ein Timing oder du machst kein Timing. Punkt. Doch. Er hat grad auch wieder alles falsch herum gedrückt. Ja, jetzt hat sich Leo blieben lassen. Good job. So, da stand jemand im Frontal. Good job. Ja. So, wie schauen wir aus? 60 auf der Bruchstisch. Der mit Stop. Aus, aus, aus. Nix, nix, nix. Schon gebruchte Spielung auf dem Tisch. Jetzt raus. Ist gut so, passt doch. Passt, jetzt pushen. Ja. Eigentlich immer wenn der Beat kommt, kannst du eigentlich sagen, ne? Ja, genau. Trotzdem, ich brauche trotzdem die Zahl. Ja, ja, nee, klar. Aber was ist denn jetzt? Ja, weil man kann nicht damit machen, das ist immer direkt. Ja, ja. Ja, ja. Und voll, und voll. Das ist ja der Trauriger. Go, go, go. Passt doch das Beat noch auf. Ja, super. Ja, super. 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 Das Ausweichen und Zusammenkommen. Zusammenkommen. Na ja raus, Easefell, Kugel, Reonfuss kommt, Dish kann man Steepen raus dann gleich, Gehts raus, Easefell, Easefell, Deep Rep in Grün, Kugeln, raus aus der Mitte, kurz warten, mit dem wieder zurücklaufen, raus, rein in die Mitte, rein in die Mitte, rein in die Mitte, die müssen jetzt durchgeheilt werden, die 3 zusammenkommen, Kringel, Darkness, Death CDs, Lüde, Arca und Morali, Easefell, die 3, ihr müsst dann raus, Gehts raus, Machi, passt auf die braune Kugel auch, so bitte, disintegrate, raus damit, auch macht die Kugel, also die Karnenkugel, passt, so, Larissa ist drin, Alex, Naya raus, raus, genau, die Spanian, 4, 3, 2, 1, So, Achtung, jetzt kommt noch Deep Rep in die Mitte, rausrennen zu Grün, warten noch mit dem zurücklaufen, wieder zurücklaufen, macht sich zwei Kugeln da noch, kommt zusammen, die nächsten 4 Dspellen in der Mitte, bei Totenkopf, ich Dspell, Achtung, 3, 2, 1, Ktang, brauche ich? Ja, er bleibt da, Pass weiter, go, 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 raus mit den Disintegrates, Ja, nicht hoffentlich, Ihr, rein in die Mitte, zum Deep Spalt werden, Jan macht, in 3, 2, 1, Deep Breath kommt, gleich fokussiert die Kügelchen, stellt sich mit die Keen, baitet den Deep Breath in die Mitte. Pass auf, Deep Breath kommt, raus, 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 raus. Pass, wart jetzt noch mit dem Zusammenrennen, wart jetzt noch, raus, raus, alles in die Mitte, in die Mitte, in die Mitte. Die vier, die ihr seid, ich diespale in 3, 2, 1. Stormi retten, macht die Kugeln, macht die Kugeln, passt auf die braunen Kugeln auf, macht die Kugeln. In der Mitte stehen, zusammenstehen, Janty spällt, in 3, 2, 1, Janty. Pass auf die braunen Kugeln auf, macht die kleinen Kugeln. Stormi in die Mitte, passt auf, er kommt in den Marks, passt, 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 macht die Kugeln. Clarissa ist drin, Quamquam, Stormi in die Mitte, Janty spällt, in 3, 2, 1, Janty spällt. Kugel braun kommt, macht die braunen Kugeln, und die kleinen Kugeln, nutzt Klaas, wenn ihr, was, wir passt auf, Achtung, Achtung, da in den Box. Die Spell zusammenstehen, in 3, 2, 1, konfirmiert. Achtung, braune Kugeln, braune Kugeln. Braune Kugeln, bitte. Schauen wir noch ein paar, ja? Nein, durchziehen, dabei, durchziehen, dabei. Äh, nochmal, schau mal. On Deck, dann schnellst du mal rein. Welche Kugeln noch rauskriegen? Oh, ja, jetzt. Das kannst du machen. Ja, ich bin jetzt tot. Ich bin einfach unbegelt. Okay, kill, zipp aus. Nur noch Vollgas, Vollgas, Vollgas. Äh, weg von den Kugeln. Bis, oder, stirbt er. Zieh den doch bitte noch raus. Nein, nein. Holy moly, ey. Oh, wer ist denn schon? Äh, ähm, Alex, das haben wir, gemacht, das war aber nicht so geil, deswegen machen wir es jetzt so rum. Nächster Boss, äh, rasch. Also, ganz einfach. Wenn wir Ys drin nicht opfern, töten wir keinen Boss zum ersten Mal. Punkt. Ich verstehe, du? Nein, du warst tot. Nein, ich bin nur weggeraten, ich meine, ich bin ein paar Jahre weiter. Okay, dann, dann, dann ist das Palla-Opfer halt als, äh, äh, Dobby gewesen. Der Boss hat sich vertraut. Achtung, da, ich bin. Eh, ah! Bis zum nächsten Mal.